Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die neuen Sets an. Zwei Stück sind gekommen und zum einen ist es auf jeden Fall ein Bekleidungsset. Also das ist alles so ein bisschen gothic. Erinnert mich ein wenig an das Wehrwolfpack, aber wir gucken uns das Ganze gleich an. Und ein Leseecke-Set ist auch gekommen. Da sind einige schöne Sachen dabei. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Genau, ich hoffe, dass der Reset jetzt nicht stört, aber ich finde den richtig schön. Deswegen dachte ich mir, ich lasse ihn jetzt mal drinnen. Und ich bin mit der guten Lisa hier mal nach Sammelschuno gezogen und habe hier ein Wohnzimmer eingerichtet mit den neuen Sachen natürlich. Da haben wir zum Beispiel hier diese Couch und diese Couch ist einfach ein Traum. Die gibt es in, wir gucken uns das Ganze auch nochmal im Baumodus an, die gibt es in wirklich tollen Farben. So flauschig und in Kord, glaube ich, nennt man das. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig toll. Also allein wegen dieser Couch habe ich mir auf jeden Fall dieses Set gekauft. Dazu gibt es dann auch so einen Couch-Sessel dazu. Dann gibt es einen neuen Couch-Tisch, der wieder irgendwie überdimensional groß ist. Da gefallen mir die Farben nicht so, beziehungsweise die Struktur, weil es wieder so eine Holzstruktur ist und es nicht einfach ein Weiß gibt. Also wisst ihr, was ich meine? Einfach so ein glattes Weiß. Aber im Großen und Ganzen kann man da schon, ja, dürfen wir nicht meckern. Aber es kostet ja auch 4,99 Euro. Dann haben wir noch diese Dekoration hier, diese Vase mit einer Kerze, finde ich richtig schön. Hier haben wir dann noch so eine Stehlampe, die gibt es auch in richtig tollen Farben. Ja, die ist auf jeden Fall wunderschön. Und zu dem Hauptanteil dieses Sets sind auf jeden Fall die Bücherregale. Ja, es ist zwar cool, es ist genauso gemacht wie mit den Schränken von traumhaftes Innendesign. Also man kann die dann so aneinander machen und dann kann man das ganze Regal verschieben. Das ist cool. Aber ja, es ist halt irgendwie mit den Büchern Farbe, es passt. Aber man hätte das auf jeden Fall schöner machen können. Eben kann man hier so kleinere Regale oder hier kann man dann eben, wenn man die zusammentut, alles verschieben. Genau. Und dann gibt es auch noch ein zweites Sofa. Finde ich auch richtig schön. Das andere gefällt mir zwar mehr, aber das ist auch cool. Da stelle ich mir halt irgendwie so ein bisschen outdoor-mäßig vor, diese Couch. Gibt es auch in wirklich tolle Farben. Fällt mir auch sehr gut. Ja, und dann haben wir noch diesen Beistelltisch. Gibt es in den gleichen Farben wie den Couchtisch. Und noch diesen coolen Korb, wo man Bücher reinlegen kann. Also das ist wirklich, sieht aus wie Sisi, ne? Dann haben wir noch neue Bilder dazu bekommen in drei verschiedene Rahmenfarben. In weiß, braun und schwarz. Und ja, da gibt es dann einige Motive. Finde ich auch cool. Ein paar so Kladderadatsachen noch hier zum Bücherstapel. Hier gibt es dann auch noch so Bücher, die man an die Wand machen kann als Regal. Und da kann man dann auch tatsächlich wirklich cool was draufstellen. Also das haben die mal ausnahmsweise cool gemacht. Genau. Und den Teppich gibt es auch noch dazu. Den gibt es in fünf verschiedene Farben. Alles so ein bisschen hell. Aber ja, den mag ich auch sehr gerne. Der ist auch wirklich schön. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den Create a Sim. Das war es nämlich schon vom Baumodus. Also von den Objekten, die wir im Baumodus bekommen haben. Und deswegen schauen wir jetzt mal in den Create a Sim. Sie ist eine richtig coole Sau, die Lisa. Also alle, die meine Let's Play schauen, die wissen, dass wir in der Legacy Challenge jetzt dann bald ab Ende sind. Und die Unterschiede in der Stammbaum Challenge beginnen. Und Leute, ich sage es euch an alle, die jetzt Enola kennen. Enola stelle ich mir genauso vor, wie sie jetzt ist. Und ja, dann, dass die Farm halt so farbenfroh ist und alles so pastellmäßig eingerichtet ist. Und Enola halt auch so richtig bunte, knallige Sachen anhat. Habe ich mir auf jeden Fall jetzt gedacht, wie ich die Lisa erstellt habe, dass das cool wäre, wenn wir das mit Enola auch so machen würden. Aber so viel dazu. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt mal hier die neuen Objekte im Create a Sim an. Finde ich richtig geil, dieses Outfit. Also für so eine Teenagerin, Rex to Riches, sind die Klamotten wirklich cool. Ja, wir haben auf jeden Fall dieses tolle Oberteil dazu bekommen, dass es wirklich sehr schön ist. Und es gibt auch wirklich coole Farben. Das hier sieht echt nice aus. Ja, gibt es auf jeden Fall in bunt und auch in einfarbig. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein tolles Oberteil. Aber wir haben natürlich auch noch viel mehr dazu bekommen. Unter anderem auch diese tolle Halskette. Da haben wir eine zweite auch noch bekommen. Ich glaube, die habe ich hier genau. Guckt mal, diese Halskette haben wir auch noch dazu bekommen. Und ja, auch so tolle Ohrringe haben wir auch noch. Die habe ich hier bei diesem Outfit. Und guckt, so mit dem Schlüssel dran, finde ich richtig cool. Also für wirklich so eine Rex to Riches ist einfach nur toll. Dann haben wir auch noch so ein Haargummi bekommen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Bezeichnung dazu. Aber hier diesen Haargummi, den man sich halt einfach um die Hand macht, mache ich auch immer. Sieht einfach nur toll aus. Genau. Und wir gucken jetzt noch nach den anderen Oberteilen. Da wir nämlich noch dieses Oberteil bekommen, gibt es auch in richtig viele coole Farben. Aber auch in einfärbig, was ich auch immer toll finde. Das sieht auch cool aus, ne? Das lasse ich jetzt an. Dann haben wir eben noch dieses Oberteil bekommen. Das gibt es auch in verschiedenen Farben, aber auch wieder in einfärbig. Also alles wunderbar. Dann haben wir noch diesen coolen Pullover. Gibt es auch in verschiedenen Farben, natürlich. Ach, guckt, es schreit doch einfach nur Rex to Riches, oder? Leute, das ist so perfekt. Dann haben wir noch diesen langärmliges, warmes T-Shirt. Oder auch Pullover, kann man es auch nennen wahrscheinlich. Ja, gibt es auch in wunderschöne Farben. Das gibt es nicht ohne Motiv, aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? Dann haben wir noch dieses Oberteil. Und deswegen meinte ich ja, das ist irgendwie so ein bisschen ein Vibe von dem Werwolf-Pack, finde ich. Also die Klamotten sind schon sehr ähnlich. Aber trotzdem cool, wunderschön. Sieht halt aus, als hätte man irgendwie so zwei T-Shirts zusammengenäht. Aber halt auf jeden Fall, was sieht sehr toll aus. Dann haben wir noch dieses Oberteil mit dieser coolen karierten Jacke dazu. Einfach wunderbar, einfach toll. Also das ist, glaube ich, mein nach dem Netz-Shirt das zweitliebste Teil. Sieht einfach cool aus. Genau, das Netz-Oberteil, das kennt ihr ja schon. Und dann haben wir noch diese coole Jacke, so eine Jeans-Jacke und ein Karo-Hemd drunter noch. Wow, ich liebe es auch, dass das alles so bemalt ist, wie wenn sie sich das selbst in der Schule mit ihren Mitschülern oder so angemalt hat, damit sie cooler aussieht. Richtig toll. Dann haben wir noch hier so ein normales Oberteil, auch mit verschiedenen Farben und Motiven drauf. Gibt es aber auch wieder, ja, einfärbig. Und ja, das war es von den Oberteilen. Ich ziehe dieses jetzt wieder an, das finde ich einfach wundervoll. Dann haben wir, glaube ich, auch eine Hose, nee, zwei Hosen sogar dazu bekommen. Ne, drei, oh mein Gott. Die betreiben es schon langsam. Ey, was ist los mit euch? Drei Hosen in einem Pack, in einem Set. Genau, dann haben wir auf jeden Fall diese kurze Hose dazu bekommen, finde ich auch mega nice. Auch wieder mit dem, ja, dass es hier so angemalt ist, irgendwie stehe ich total drauf, finde ich echt cool. Dann diese Hose, die hat es ja schon getragen, gibt es auch in verschiedenen Farben, auch wieder angemalt. Sehr cool. Dann haben wir noch diese Hose und look at this, es ist einfach wundervoll. Angenommen, wir hätten jetzt hier so ein anderes Oberteil an, dann sieht das doch einfach wunderschön aus. Leute, es steht ja total gut. Und bei dieser Hose bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt mit diesem Set dazu kam. Aber ich glaube schon. Also zumindest sagt die mir nichts. Ja, kann mich auf jeden Fall auch täuschen. Und Leute, Schuhe haben wir auch dazu bekommen, sogar zwei Stück. Die gucken wir uns auf jeden Fall jetzt auch an. Ein paar davon hat sie ja schon an. Es sind irgendwie einfach so, wie so Vans oder so, die auch bemalt sind oder halt einfach, ja, in weiß oder in anderen Farben. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. Diese Schuhe feier ich. Und dann haben wir noch diese Schuhe. Ich auch. Einfach wundervoll. Gibt es auch wieder in richtig coolen Farben. Kommen wir noch Kleider. Hab ich gar nicht nachgeguckt. Ja, das, oh mein Gott, ist das süß. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Wowie. Leute, oh mein Gott, ich sterbe. Oh mein Gott, auch noch mit so einem Rucksack hinten drauf. Wow. Oh mein Gott, ich lieb's. Also das ist, das ist auf jeden Fall absolut mein Favorite. Das ist einfach nur ein Traum. Leute, das ist einfach nur, ihr habt euch einfach mal selbst übertroffen. Ja, das war's auf jeden Fall. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch das Set holt oder ob ihr es schon habt. Und mich würde auch sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ich finde es eigentlich wirklich toll. Ich bin wieder so ein bisschen minimal enttäuscht. Aber das ist man ja immer irgendwie. Also sie können es ja nie zu 100% jedem recht machen. Das ist ja auch klar. Aber im Großen und Ganzen finde ich wirklich die zwei Sets sehr, sehr cool. Und ja, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich werde auf jeden Fall diese Objekte, gerade die Couch, wirklich öfter nutzen. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch Sisi brauche. Denn auch die Möbeln und die Klamotten, es wird wirklich einfach immer schöner. Also ja, einfach nur toll. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich wünsche euch dann jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.